Ich bin die Lena. Ich bin die Kathi und gemeinsam sind wir das Beachvolleyball-Team schützen über Blesiutschnik. Ich bin schon seit fünf Jahren gemeinsam. Wir sind durch das Beachvolleyball-National zusammengeführt worden von den Trainern und seitdem angefangen haben wir auf der österreichischen Tour und dann haben wir uns mit der Zeit drauf gespielt. Wir haben beide davor in der Halle gespielt und uns beiden hat das Spielen am Sand viel mehr Spaß gemacht und dadurch sind wir zum Nationalteam gekommen und haben beide die Liebe des Beachvolleyball entdeckt. Wir freuen uns total, dass wir für Österreich in Baku antreten dürfen und freuen uns im großen Team davon ein Teil zu sein und wir können uns kaum noch erwarten einen Start zu gehen. Ich war noch nie bei so einem großen Event dabei und deshalb bin ich echt schon gespannt und vorfreudig und das wird sich auch super. Wir wollen einfach unsere gute Leistung bringen und ich glaube mit einer wirklich guten Leistung ist alles möglich. Fokussieren, normales Aufheim-Ritual, einfach eine Stunde oder dreiviertel Stunde vor Matchbeginn geht es dann los und dann nochmal alles im Kopf durchgehen und dann sind wir startklar. Unser Hauptfokus liegt trotzdem noch auf 2020 und da wollen wir unbedingt dabei sein und vorne mitspielen und wenn wir schon zu 16 dabei sind, ist es auf jeden Fall super für uns und einfach ein Traum.